Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins, ich bin Euphi Robo und ja, wir machen mal das Geburtsrecht weiter, haben wir gerade entdeckt gehabt, schauen wir doch mal, na du? Hallo? Armes Ding, sie ist jetzt ganz allein, tragische Geschichte. Allerdings, wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße, dort wo ihre Familie starb. Oh, ups, Entschuldigung. Das würde ich gerne einmal kennenlernen. Armes Mädchen, ne? Vielleicht hätten sie jetzt ja noch alle allein hergeschleppt, was denn? Die haben denen schon mal geholfen. Wie gemein. Haben wir noch mal ein Krokodil oder so? Wir haben hier sehr viel weiches Leder, das es sehr dringend gebrauchen kann. Ein Beispiel, dass wir eine Pfeile leer gehen werden, aber hey, egal. I need this shit. So, schleichen wir uns mal langsam an. Alles, was wir sehen, wird abgeknallt. Soll ich mal ein paar Hoppen. Ich kriege drei Stück, deswegen. Ich würde am liebsten alle drei Stück gerne haben, weil die bringen halt mehr Beute. Natürlich, wenn man nix trifft, dann kann man auch nix sich holen. Verdammte Scheiße. Schau wieder. Warum hat man Pfeile nicht getroffen? Irgendwo ist da hin. Wann, dass du dann die Pfeile immer wieder verschwinden? Find ich auch nervig. Wie oft habe ich jetzt wieder daneben geschossen, frage ich mich ja. Ist echt unglaublich, wie oft ich daneben schieße, angeblich. Ach, hier, hier hin. Dings hab ich den mal getroffen, danke. Dings sein, weißt du. Da haben wir einen, hier haben wir einen. Da noch, direkt dann auf mich zu. Ach, natürlich kommt die jetzt zu mir. Aber kein Problem. Das ist ein Problem. Komm her. Oh, da geh ich hin rein. Glaube ich schon nicht hier. So. Dann wird Niste. Erleidigt. Wunderbar. So. Wie viel Leder haben wir denn jetzt? Wir können was herstellen auf jeden Fall. Können wir hier unseren Schaden weiter erhöhen. Wir haben jetzt 45 Leder. Sehr schön. Reicht das vielleicht sogar für beides? Schauen wir mal. Oh, jetzt haben wir jetzt schon mal legendär hier. Dann brauchen wir Kupfer und Ding für. Okay, und hier. Kannst du es gerade auch noch leisten? Sehr schön. So, dafür brauchen wir dann jetzt auch wieder so viel. Okay. Nice. Und eine neue Waffe noch. Bekommen wir irgendwo. Ja. Kann man wegmachen. Kriegen wir jetzt noch ein bisschen Holz für. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ansonsten haben wir jetzt hier nichts mehr. So, wir haben coolen Sachen in der Nähe. Da hinten hätten wir noch was. Was ist das denn da hinten? Muss man, glaube ich, irgendwie einen Tod bestätigen oder so, ne? So, da vorne ist noch irgendwas hier. Was wir uns auch noch angucken können. Was gerne von mir erschossen werden will, glaube ich. Was ist hier ein Lager oder was? Ich glaube, du bist das, der geschossen werden will. Na, danke. Kopfschuss. Ich hoffe, du bist das mit den drei. Ja, wo warst du mit den drei? Okay. Was ist da, frage ich mich. Okay, keiner interessiert sich dafür als Haupt. Oh, okay. Dann können wir dich einfach mal eben schneiden. Ich kann auch gekült, sehr schön. Und ich kann auch. Ich kann auch mal ganz entspannt, easy, einfach. Hier haben wir hier eine Menge. Ein bisschen Kupfer, theoretisch, aber brauchen wir nicht. Und unsere Falsen sind auch wieder voll. So, was haben wir hier? Hier liegt jemand tot. Verfolgen. Okay, was haben wir hier? Toll, dass es im Kampf gefunden ist, dass die Rache befindet. Aber findet ihn. Und findet, tötet den Unschuld. Okay. Brauchen wir gar nicht mit schleppen hier. Das, leg ihn ab. Okay, wir haben wieder neue Sachen bekommen. So, hier können wir was herstellen. Armschinen. Wer macht ihr damit? Handwerker. Haben wir frei geschalten? Okay, cool. So, ein neues Schild haben wir noch bekommen. Das Knopfwerk, Holzschild. Alles Holzschild. Weg damit. Daraus, wir kriegen aus dem Holzschild kein Holz, sondern Kupfer. Wer kennt es nicht, ne? So. Oh, ein bisschen weit weg. Könnte ich eigentlich auch reiten, würde ich sagen. Warum tragen wir jetzt unsere Maske-Dinger an? Und wir vorher haben das ganze Zeit nicht getan. Das verstehe ich nicht so ganz. Das kommt mir halt so ein bisschen komisch vor. Was ist jetzt hier hinten? Soldaten. Sie suchen bestimmt nach Ihres. Ich tauche unter. Und Sie... Was? Oh. Ich denke, dass man einfach die Dialoge einfach wieder abbrechen kann. Ah, sogar eine Stufe-10er-Soldat. Wie? Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Anscheinend. Okay, gut. Dann killen wir sie alle mal. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Schön, dass der Level 10 hat. Am einfachsten war. Ich halte noch nie. Alle! Hilfe! Stellt euch eben in den Weg! Ja, und auch erledigt. Du hast nichts mehr Schaut, aber ein Fall wenigstens. Einfach mal ein bisschen plündern hier, Moff. Es scheint aber eigentlich schon ganz gut aufzusein. Wenn man das so sagen darf. Aber hier ist... Auch nichts mehr? Okay. Aber sie haben... Naja. Nur so ein halbes Haus gefehlt gehabt hier. Hm. Na, wer weiß. Es gab ja auch schon Falle, da haben die Kinder hier auch von mir umgebracht, ne? Friede sei mit dir, Iris. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte. Hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iris. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann... Ja. Den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier. An der Straße nach Alexandria. Okay. Meins. Im Fall der Fälle. Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Das war schon ein Sterbenmädchen. Soll ich jetzt meinen Kamel? Jetzt tage ich meinen Kamel. Ui. Kamel, Kamel. Okay, auf der Straße noch Alexandria. Ach du. Das wäre noch ein ganz schön... Das wäre doch ein gutes Stück weg von Alexandria, aber gut. Okay, ich dachte eigentlich, das wäre irgend so. Wir kämpfen für eine Plage, reichen das Zielgebiet. Ne. Ich dachte immer, das wäre irgendwas anderes noch. Oh, komm mal hier. Was? Ich frage mich echt, wieso gibt es hier so viele Boote. Oh ja, das ist ja ein deutscher Alexandria. Das ist der Tempel da und so. Schöne Wolken. Freilich, wenn man vor dem Mund namische Wolken ausschaltet. Da gibt es ja nur da aus bei den Wolken. Das ist diese ganzen Wolken einfach nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich habe eigentlich gedacht, das ist einfach nur so... ...die Skybox. Einfach eigentlich ein Bild. Mehr nicht. Deswegen. Das ging aber schnell. Da haben wir noch jemanden. Wo ist der? Oh, hier, hier. Jetzt haben wir noch ein Geschütz. Okay, cool. Schläft. Können wir nicht markieren. Aber wahrscheinlich sind das normale Leute. Das sind das normale Leute, okay. Weißt du was? Da wir jetzt diesen Katapult wieder stehen haben. Warte mal. Ach hier, das ist doch das Dorf, was wir schon gemacht haben. Was erzähle ich denn hier? Wir sind nur wesentlich mehr Leute jetzt. So viele killen, wie es geht. So viele killen, wie es geht. So viele killen, wie es geht. Wer schießt da? Haller! Es gibt Ärger! Oh, Mist! Nicht da. Die kriegen alle nichts mit hier. Das finde ich das Krasse. Ich muss den, ich habe die Leichen sehen oder so. Wie beim letzten Mal. Oh, gut, da will ich spazieren. Ja, ja, ist hier keiner Leichen. Nein, nein. Ups, dann ist er tot. Zerchnung, sonst gibt es ja keine Rachen mehr. Noch die drei. Soll ich, dass ich das Ding nicht mehr nutzen kann. Bei denen. Nein, das ist dafür. Hilfe. Ich würde überfallen. Ein Brief auf einem Papyrus. Sofonius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Natürlich geht es immer nur ums Geld. Was geht es denn sonst? Ihr habt alle nichts mehr. Ja, zack. Mainz. Wunderbar. Oh, jetzt müsste ich noch Alexandria dafür. Oh, müsste ich tatsächlich. Oh, noch Alexandria mit uns. Ah, naja. Warte. Ist das Ding hier weg? Kämpfe an der Plage. Reiche das? Das ist jetzt die Quest, heißt die so? Hm, das ist Geburtsrecht. Bekämpfe an der Plage. Hä? Schüsse verstehe ich gerade irgendwie nicht, aber gut, egal. So, wir haben eine neue Waffe bekommen. Wo denn da? Man hat wieder verschrotten hier. Wunderbar. Na gut, dann, wenn uns schon die Quest nach Alexandria führt, dann lasst uns dahin gehen. Glauben wir was tolles? Ne. Dann gucken wir dir, hier sind noch ein paar Schiffe, die wir überfallen könnten, theoretisch. Da brauchen wir alles nicht gerade. Na gut, dann. Auf nach Alexandria, würde ich sagen. Ich finde, wie krass, wie groß die Bögen hier einfach sind, hä. Lauf, kleines Vieh, du. Das hat ihn aber auch schon gemacht, genau. Ist hier Krokodile? Schauen wir nicht. Okay. Bis dann, denke ich, jetzt langsam bei Alexandria ankommen. Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Okay. Na ja, hat er entdeckt. Alexandria. Ja, Alexandria entdeckt. Wuhu. Hä? Ja, Alexandria entdeckt, aber das ist einfach alles noch... ...schwarz. Okay, gut. Ich hab die Dinger einfach hier einfach nur nicht drin. Das sieht in einer Wache aus. Na ja, hier gibt's echt einiges. Alter. Die Stadt sieht echt pompös aus. Lass mich einfach mal sagen. Neue Region entdeckt. Alexandria. Ja. Geht doch. So, dann gucken wir mal, was ist jetzt das hier? Kann ich damit irgendwo hinreisen vielleicht, oder was ist das? Travieren. Haufen. Oh, Hegla-Truhe. Okay, enthält eine Waffe oder ein Schild der seltener Stufe selten oder legendär. Oder manchmal etwas noch wertvolleres. Wird beim Koffen automatisch geöffnet. Oh. Kohlenstoffkristalle. 20 Stück legendäre Herstellungsmaterialien. Achso, da bist du, okay. Reicht das jetzt auch mal? Ich würde gerne hier durch. Finno-Limile-Sophore. Ist das Problem bei der Dattelpflanzung schon beseitigt? Bewegung! Schnell! Äh, wo laufen sie hin? Ich höre schon von außen. Geht den Weg frei! Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde ihr was davon erzählen, wenn ich sie wieder sehe. Tja. Bist du eigentlich gestorben? Ja. Egal. So. Krest abgeschlossen. Orokalos? Was? Okay. Ja, dann haben wir Alexandria. Also so erreicht. Ja, dann bist du auch gut. Haben wir es mit einem Krest verbunden? Ist doch schön. Hallo, Herr Schmied. Ich würde gerne verkaufen. Alles unnötige. Bauberentscheid nicht sehr viel. Schade. Verkaufen. Materialien. Holz. Dankeschön. Komm, jetzt haben wir auch hier sowas. Gute. Mal ein bisschen Holz gemacht. Nice. Banners. Gut. So, was haben wir denn hier? Wo haben wir denn? Alexandria. Können wir auch sogar schon schnellereise machen? Alexa. Sagt der Alexandria, nicht Alexa. Dummes Stück. Hehehe. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja, ja. Ich weiß, Alexa. Der ist nicht so die Hellste. Leider. Gut. Aber hier ist irgendwie so gefühlt gar nichts, ne? So, hier war also auch keine Quest mehr, ne? Nein? Gut. Ja, hier haben wir noch Quests, aber... Seht euch die Stufe an. Gut. Hier haben wir alles gemacht. Hier hätten wir noch ein Schiff, das wir machen können. Hier haben wir noch was, das versunken ist. Man sieht sogar, dass da ein Schiff versunken ist eigentlich. So, hier haben wir noch eine Quest, da haben wir noch eine Quest. Geht dann hier so rüber. Wisst ihr? Stück für Stück. Hey, hey. Ja, ja. Hallo, Alexander. Ja. Hoppa. Hier haben wir noch ein bisschen abkühlen. Das liegt hier eigentlich vielleicht zufällig, weil sie unten auf dem Grund was so... Das hat man einmal irgendwie was versteckt vielleicht. Funfact, ich habe gerade C. Nee, auch, nee, habe ich gar einen Schubs. Entschuldigung. Äh, Lüge. Ich habe gelogen. Ich dachte, ich hätte C gedrückt, habe ich aber gar nicht. Ja, ich kletter einfach hier an den heiligen Statuen hoch. Oh, an der Ort. Arsenal in Kibitus. Okay. Ha. Ich finde es gut, dass er da einfach jetzt überall festhalten kann. Das wäre irgendwie auch ein bisschen doof, weil, ja. Das ist halt keine Herausforderung mehr. So, was haben wir denn hier am Wachen, ne? Da sind ganz viele Wachen. Da ist ein Schatz. Da ist der... So, haben wir hier noch was. Da haben wir noch welche. Da haben wir noch einen. So, und hier irgendwo. Das gibt es. Hauptmann, Kommandant und zwei Schätze. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen zweiten Schatz. Da haben wir noch eine Armbrust. Okay. Da sind noch welche. Uiuiui. Hier sind echt viele Gegner. Das muss man mal ganz klar sagen. Also hat man eigentlich genug Wapplet für die sein. So, wir haben den ersten schon mal. Du bist Stufe 11. Okay. Bist du unter mir? Du bist unter mir. Okay. Hey, wer? Bei Serapis. Das habe ich doch nicht geträumt. Hey! Es kommt keine Hilfe. Moment. Da bist du ja. Na komm noch her. Komm her. Da gibt es gleich die Laufnahme. Da flinnt einfach nur rum. Das ist ja Werner. Ups. Schöcheln einfach, dass ich das Ding nehmen kann. Ja, echt? Kommst du nur darauf. Oh, er ist tot. Oh. Verflucht. Woher? Ja, woher nur, ne? Hm. Der Wohne hatte ich mit so einem Speer erschossen. Aber hey, wir haben nur einen Speer. Der Attra... ...einen Speer. Und das muss hier. Aber egal. Hey, wir. Leid zu sterben. Na, komm daher. Ich hab... Jetzt hab ich dich, aber... Ich hab noch genug Pfeile für euch alle. Ich weiß nicht, ob ich alle sehen kann. Finde ich gut. 2.9. Einfach mal jetzt anfangen die Zerblinden, ne? Lololola. Echt? Äh, ich glaub nicht. Hops. Da bist du tot. Ha, wie er da rumging. Lol. So, hallo. Habt ihr noch irgendwas für mich? Du hast noch was für mich hier. Sehr schön. Sehr schön. Der hat auch noch was für mich. Hey, was? Sei unbesorgt. Bin ich da? Ja. Oh, ich glaub das hat gekillt. Echt? Hm, hier liegen tote Leute rum. Kennt ihr... Warum könnte hier nur nix bestimmen, ne? Wie weit noch, du Ratte? Ja. Ups. Da ist er tot. Da haben wir noch ein paar Leute gekillt, ey. Eieiei. Alles hier getötet, ey. Oh, oh. Er hat mich geschlagen, aber... So, da ist doch wohl der Schatz. Kann ich... Oh, hier. Hätte ich mich verstecken können, auch. Cool. Aber egal. Braucht mir nicht. Kann ich mir hier irgendwas bedienen? Lecker essen, vielleicht? Mein Typ isst ja irgendwie nie. Aber schon bei nicht. Schade. So, mir was Tolles, vielleicht. Ne, noch ein paar Ding zum Verstecken. Löwenpelz. Kleines Kästchen hier. Ah, Kornstoffkristall. Nice. Arsenal, Kibur, Spendid. Nice. Ja, wie gesagt, mit dem Ding war es dann doch relativ einfach, muss man gestehen, ne? Und der hat auch noch was für mich. Ist zwar nur ein bisschen Geld, aber besser als gar nichts. Aber wir wissen ja gar nicht, bis jetzt noch gar nicht, warum killen wir die eigentlich. Ich glaube, wir sollen immer noch ein zünder Fall sein. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen als nächstes hier hin. Wir machen jetzt erstmal hier alles schön. Wir konnten erstmal die ganze Alexandria eigentlich begutachten und dann gucken, wo wir hinkommen. Hier scheint auch noch was zu sein. Kolosseum vielleicht oder so. Was haben wir hier für den Ding? 11 bis 13 auch. Das passt ja für uns sogar. Das ist ja schön. Aber wir sollten sogar bald jetzt hier rein können. 15 bis 18. Was haben wir jetzt eigentlich? 13. Ja, ja, nicht ganz, aber fast. Fast, fast, fast können wir es hier. Gut. Ja, habe ich da noch irgendwas für die Folge vor euch? Ich glaube nicht, nur da. Nein, es wird eigentlich einfach nur da hin. Hier, danke. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir rüber auf diese kleinen Halbinsel, was das hier sein soll. Ist das ein Schiff, was wir blindern können? Ne, scheinbar nicht. Schade. Dann noch eine Quest. Theoretisch. Aber hier haben wir noch jedenfalls zum Decken. Da sind überall noch Patronien, die geplündert werden wollen, habe ich gehört. Gut, also, haut rein. Ciao, ciao.